Wie kann ich ein Gottesangehöriger werden? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat zum Beispiel gesagt, die Leute der Quran sind Allahs Angehörige. Wenn ich frage, du Junge, wer sind deine Angehörige? Du sagst hier, dieser, dieser, dieser ist mein Angehöriger. Wer ist dein Verwandter hier Angehöriger? Du sagst hier, dieser, dieser Person sind meine Angehörige. Oder diese Gemeinschaft ist Angehörig zu dieser Gruppe, zu dieser Gemeinschaft, zu dieser, äh, Weg. Das heißt, sie sind dann eine Angehörige. Und Allah a.s.w. sagt, der ganze Menschheit und zu den Engeln, wer seine Angehörige sind, durch die Zunge des Propheten a.s.w. sagt, die Leute der Quran sind Angehörige Allahs und sogar eine besondere Angehörigkeit. Kalu unterdraten, unterdraten, die Leute der Quran sind die Teil von Thomas Najevole. Vielen Dank.